So, willkommen zurück. Wir stehen immer noch direkt vor dem Banditenlager. Ich glaube sogar, das ist das letzte. Da gucken wir jetzt mal rein. Quests. Banditenlager. Oh, gar keine. Hä? Warum gibt es da keine Quests zu? Ruhlfestung. Oh, das ist ein Named. Da ist der Anführer schon. Okay. Ich glaube, ich gehe einfach frontal rein, ne? Jetzt ein Millimeter. Frei die Siedlung, mache ich. Noch ein Named. Okay. Okay. Ja, das war das jetzt. Oh, wäre das schön, wenn ich hier runtergucken könnte. So ist das. Hallo? Oh, das ist ein großer Shit. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. 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 Ja, da sind richtig viele große, ne? Okay. Das hat von hier aus keinen Wert. Oh, das ist so gut. Nein, aber so war. Angriff! Hallo? Der lebt noch. Der lebt noch. So, kommen da noch welche raus jetzt? Traut ihr euch? Andere trauen sich nicht, ne? Ah, ich hab keine Pfeile mehr. Jetzt geht's los, Action. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Boah, ist ein Arsch. Gut, auch dieser Mensch ist tot. Gut, auch dieser Mensch ist tot. Gut, auch dieser Mensch ist tot. Okay, noch welche? Oh, hier gibt es echt noch viele. Boah, die haben alle den Totenkopf. Der versteckt sich in dem Lagerfeuer. Oh, hier ist noch einer irgendwo? Ne. Okay. So, jetzt verwirren wir die jetzt mal. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Daher kommt man gar nicht durch, oder? Doch. Hau doch zu. Oh, Eloi. Danke. Ähm. Das war's, oder? Jo. Das war's. Acht Minuten. Banditenlager. Hohlfest umgeräumt. Nice. Klasse. Alle Banditenlager räumt. Auch diese Trophäe haben wir. Super. So, hat die was Besonderes. Die hat auf jeden Fall wieder eine Gratis-Schatzkiste. Und das war's, oder? Wo ist das Lagerfeuer? Hier hinten. Das macht dich krank. Hallo. So, hier gibt's wieder schön viel Heiltränke. Das ist nice. Zwar nur die kleinen, aber die sind ja gar nicht so schlecht, ne? Das wird zu schwer. Gott. Ach, das war eine Falle, ne, glaub ich. So. Ach, scheiße. Nach dem... Ach, nee. Da ist es noch. Klar bist du sicher. So, das haben wir geräumt. Äh. Ja. Dann haben wir hier auch alles, ne? Hier haben wir auch alles. Krass. Dann haben wir wirklich jetzt alles. Ich muss nochmal hier ein bisschen gucken. Ob hier noch irgendwo ein Lagerfeuer... Hier ist noch ein Lagerfeuer. Dann gehen wir hier nochmal hin. Und dann gehen wir in das letzte Gebiet, was noch übrig ist. Bevor wir endlich die Main Story weitermachen. Aber es fehlen mir noch ein Haufen Blumen. Ich muss mal gucken, wie viele Blumen mir noch fehlen. Und wie viele Tassen. Ne, Tassen haben wir, glaub ich, alle, oder? Weiß gar nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich gehe davon aus, ich habe eigentlich alle Karten gekauft. Naja. So. Wo war das hier, ne? Diese Richtung gut, die können mich mal. Hallo, Eloi, springen. Aber echt jetzt? Ah, Eloi, nett. Danke. So, das haben wir auch. So ist hier noch irgendwo hier nördlich von... Hier ist auch noch eins. Und hier auch noch. Okay, aber das kommt ja schon in Richtung von diesem Gebiet, ne? Und hier, was ist das? Brutstätten. Da ist noch eine Brutstätte. Okay. Dann würde ich sagen, hier, die drei müssen wir noch holen jetzt erst mal. Das sind noch recht viele. Dann porten wir uns hier hin. Nein, nett. Markieren. Hinreisen. Da porten wir hin. Gucken wir dann mal. Jetzt müssen wir erst mal... Hier oben sollen wir erst die Brutstätte... Ne, ich will eigentlich erst die Lagerfeuer noch fertig machen. Hier ist sonst nichts mehr. Ich sehe jetzt keins mehr. Hier ist auch noch eins. Meine Güte. Okay. Das hier oben lassen wir mal. Wir machen erst mal die hier, ne? Okay, das heißt hier rüber. Ups, ich wollte es markieren. Das ist immer ein bisschen einfacher dann. Hier ist auch noch was. Das ist ein Jagdgebiet. Das habe ich aber noch gar nicht entdeckt. Kann das sein? Ich meine, entdecken will ich das schon. Neues Jagdgebiet. Jetzt habe ich es entdeckt. Es gibt fünf Jagdgebiete. Okay. Gut. Mir ist wurscht. Ich wollte es ja nur entdecken. Habe ich es jetzt entdeckt? Ja, ich habe es entdeckt. Ich habe gedacht, es gibt nur vier Jagdgebiete. Es gibt fünf Jagdgebiete. Äh. Mit meinem Wissen aus der Brutstelle hat man die in der Wüste überbrücken. Achtung, das machen wir jetzt mal. Nicht rausrutschen. Okay. Komm her, Mädchen. Ah, der kann scannen. Ich glaube, der kann scannen. Komm. Geh weg. Nein, ich wollte überbrücken. Oh. Trotzdem krass, wie schnell der down geht, ne? Etwas episches dabei. Ja, mit dem will ich jetzt gar nichts zu tun haben hier. Ich habe halt null Health. Null Health. Nichts mehr da. Alles verbraten auf der langen Suche, ne? So, alles gut. Alles gut. Ich hoffe, die haben wir abgehängt. Dann muss ich hier noch hin. Komm, Mucke. Weg mit dir. Oh, schon wieder so Vögel. Okay, dann weg hier. So, wo waren hier noch Lagerfeuer? Ja, ich habe noch irgendwo Lagerfeuer gesehen. Hier sind noch Lagerfeuer. Hier ist noch Lagerfeuer. Hier unten haben wir alles. Gut, dann gehen wir hier hin. So, dann gehen wir hier hin, ne? Holen noch die anderen zwei Lagerfeuer. Und dann geht's hoch in die, ähm, Brutstätte. Die vierte und wahrscheinlich letzte Brutstätte, außer auf der linken Seite, wäre noch was. Das sehen wir gleich. Wir bewegen uns langsam Richtung Level 50, was auch sehr cool ist. Was für ein Level haben wir denn? 45? 46 schon. Okay. Gut, hier wollte ich hin. Und dann ist hier oben natürlich noch eine Blume. Aber erstmal hier das Lagerfeuer abgreifen. Schön den Weg entlang. Einfach rennen. Kann ich mittlerweile wieder hier... Oh, ich brauche ihm unbedingt Reihenholz. Man merkt halt, man ist schon wieder in etwas härteren Gebieten. Komm, haut ab und lasst mich in Ruhe. Ich will einfach nur ein bisschen sammeln und weiter. Ah, ist ja gut. Ich will einfach nur ein bisschen sammeln und dazu in diesem Lagerfeuer da vorne. Mehr will ich gar nicht. Lass dir mich mal... Haut dir mal alle ab, bitte. Danke. Oh, nee. Oh, nee. Echt? Möchtest du jetzt platt machen? Ach nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Weg hier. Gut. Gut. Wenn du ein bisschen Lagerfeuer noch anklicken, will ich es doch gar nicht. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding anklicken. Wir könnten einen Sägezahn durchbeißen. Ich will zu dem Lagerfeuer. Haut ab. Ich muss noch warten, bis die da hinten rechts... Bis die hier ganz da hinten... Bis die sich beruhigt haben. Okay, sie haben sich beruhigt. Ah. Kann ich die überbrücken schon? Ich gehe endlich weg. Okay. Als würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten. So, das war's. Und das hier noch. Weg hier, ne? Okay. Ach, komm. Also mich. So, das haben wir auch. Noch irgendwo was hier. Ach, bei dem Jägerding ins Kirchen. Okay, dann laufen wir noch da durch. Ach, guck mal. Stimmt, sowas müssen wir ja auch noch gucken, ne? Boah, guck mal, wie viel da noch fehlen. Allmächtiger. So, aber die zu finden, wird verdammt schwer. Da müsstest du wahrscheinlich irgendwo im Netz nachgucken. Bin ich in die richtige Richtung unterwegs? Ja. Da musst du wahrscheinlich nachgucken, weil die werden ja nirgends angezeigt auf der Karte. Und da kannst du dir, glaube ich, auch nichts für kaufen, um die Datenpunkte da zu finden. Keine Ahnung, ob das ein Achievement ist. Äh. Okay, da oben drauf anscheinend. Hier ist eine Quest. Ach, das sind die Jägerquests dann wahrscheinlich, ne? Oder doch nicht. Doch eine andere Quest. Entler entdeckt. Lagerfeuer entdeckt. Okay. 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 Du bist das. Du hast mir Regian vor diesem Osseram-Ehren gerettet. Du bist ein Sonnenstrahl an einem dunklen Tag. Danke. Wirst du mir helfen? Wenn ich kann. Was ist passiert? Das war Massenmord. Fünf Nachtwächter geschreddert wie Weißkohl hier im Steinbruch. Fünf Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung. Ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, ähm, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawatt sagte, nein, das ist zu dämlich. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden, äh, zerrissen und nicht gesprengt. Was genau hat Sarawatt gesagt? Oh, gar nichts. Der brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist. Wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt. Trottel. Ich weiß, was die umbrachte. Eine Maschine in der Erde haust. Man nennt sie Steinbrecher. Oh nein. Sie werden von lauten Geräuschen angezogen. Das Sprengen von Felsgestein. Eine Mordmaschine im Gestein. Toll. Was im Namen der Sonne soll ich dagegen unternehmen? Mich ranlassen. So etwas ist meine Spezialität. Nein, das ist nicht meine Spezialität. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, es ist nur eine. Ich hoffe, es ist nur eine. Die machen wir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das können die sonst aber besser. Tschüss. 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 Vielen Dank.